Knossi natürlich das übertrieben längste React von allen, ne? Gut, aber Knossi hat auch die meisten Gegenstände. Ich hoffe aber, dass er auch viel zu seinen eigenen sagt. Was hat Knossi eigentlich dabei? Okay, ruhig, Chat, jetzt geht's los. Mit den meisten Gegenständen, aber auch der wenigsten Erfahrung und die große Frage, kippen oder nicht? Kippen oder nicht? Kippen oder nicht? Kippen oder nicht? Kippen! Er hat die kippen! Er hat sie mitgenommen! Scheiße, hab ich doch nur so wenig Zeug? Ich dachte, ich hab einen großen Gabentisch. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Ja, das sind meine sieben Gegenstände für Seven in a Wild! Krokodil, Krokodil! Ich bin der König im Affenstall! front, lavailalala! Oh, Schubidoo! Wer skippt? Einer schreibt in den Chat, ich sehe nur sechs Kippen halt. Ja, hör auf jetzt mit dem Scheiß. Pass auf Freunde, okay, ich erkläre es. Ja. 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 Kurz meine Gegenstände. Also ihr seht schon mal, Sascha und ich haben die gleiche Hängematte, aber nicht abgesprochen. Es ist die erste, die bei Amazon kommt. Aber meine... Okay, also auch da bei Amazon. Aber das verstehe ich nicht. Bei Knossi hatte doch wirklich schon sogar Kontakt zum BW-Online-Shop. Warum die von Amazon? Meine ist tatsächlich mit Moskitonetz. Zählt als zwei Gegenstände. Meine ist mit Moskitonetz. Nee, ich lasse erst mal Fritz reden und dann erkläre ich euch, warum welcher Gegenstand. Und ich bin enttäuscht, dass das so wenig ist auf dem Tisch da. Es ist so wenig, was ich dabei habe. Sieht ja auch nicht besser aus als... Sabrina Outdoor hat noch das Beste mit dem Riesenschwert. Oh, er hat die Kippen mitgenommen. Mit dem Riesenschwert ist eine Säge. Okay, kurz sagen lassen. Messer inklusive Tragevorrichtung. Okay, er hat ein kleineres Messer genommen. Ist das das von Martin? Ja. Ich weiß es gar nicht. Kann ich euch ganz kurz erklären. Ich gehe einfach so die Sachen durch. Ja, dieses Messer ist Martins Messer. Ist von Martin das Messer. Ist nicht das, was er bei Seven in the Wilds in seiner Staffel benutzt hat, aber ist eine eigene Anfertigung. Ich habe mit diesem Messer geübt, trainiert und bin Martin sehr, sehr, sehr dankbar. Sind wir uns einig? Wie findet ihr mein Messer, mit dem ich mich nicht großartig stark verletzen kann? Ich habe überlegt, brauche ich so ein großes Schwert? Brauche ich nicht. Ich kann mit diesem Messer... Das ist ein Schwertsack, macht mich allein schon fertig. Haben wir es selber gemacht. Kokosnüsse öffnen. Damit kann ich alles machen. Wir haben es gemacht. Einfach auf die Kokosnuss. So zack. Dieses Messer ist unglaublich scharf. Sollte ich andere Arbeiten machen, kann ich dieses Messer angenommen, das ist jetzt das Messer, auch so nehmen und dann mit einem Stock draufballern. Kann was spalten. Alles ist okay. Ich fahre da nicht hin, um da groß irgendwie etwas aufzubauen. Für mich ist dieses Messer ideal, weil, ey, umso größer, umso gefährlicher. Diese, ähm... Die Diskussion hatten wir schon. Ich bleibe dabei, das, womit man sich am sichersten fühlt, ist das Beste. Die Tragevorrichtung, die ich mitnehme, ist festes, hartes Plastik. Ich werde... Das habe ich immer hier an meinem Gürtel. Festes, hartes Plastik. Ey, Martin hat mir den Umgang mit dem Messer so toll beigebracht. Ich stecke dieses Messer rein. Es klickt. Keine Chance mehr, dass es rausrutscht. Also, kann ja gerne jetzt eure Meinung hier in die Kommentare, was ihr zu dem Messer sagt. Ja, es regt mich jetzt schon auf, dass meine Kippen offen der Sonne ausgesetzt sind. Wie lange werden die für das Foto gebraucht haben? Also wirklich, versteht ihr? Wir kommen weiter in den nächsten Gegenstand. Ob das ein Prototyp von Martin ist? Ja, ist ein Martin-Prototyp. Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Wird er vielleicht noch sagen. Ist ein Prototyp von Martins Messer. Den Grey-Wasser-Filter haben wir jetzt dreimal? Okay, okay. Warum nehme ich den Grey-Wasser-Filter mit? Kommen wir zum Grey-Wasser-Filter. Sind wir uns mal einig, eins der größten Probleme ist für mich, und ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist, ich trinke in meinem vorherigen Leben, ich nenne das jetzt mein vorheriges Leben, weil ich hoffe, dass sich nach der Insel vielleicht noch einiges bessert. Ich kann mir schon vorstellen, dass Knossi wirklich ein bisschen verändert wiederkommt. Ich könnte was zu sagen? Ich lasse ihn erstmal reden. Trinke ich sehr oft Süßgetränke. Für mich ist es fast unmöglich. Ich bin keiner, der reines Wasser, einfach so Wasser trinken kann. Ich kann Ellis Wasser trinken, also Wasser mit Geschmack oder so, das geht schon, aber ich bin Wassertrinker. Ich habe versucht, Regenwasser zu trinken, sehr häufig. Ich kriege es kaum runter, ich kriege es nicht rein. Als ich diese Grail Wasserfilterflasche hatte, beim allerersten Mal im Training, ihr wart dabei, hatte ich einen unglaublichen Wow-Moment. Darum nehme ich auch keinen Kochtopf mit. Es macht für mich keinen Sinn. Ein Kochtopf ist für mich, verstehe ich bei den anderen nicht, für mich wäre es der komplett verschenkte Gegenstand. Ich nehme die Grail Wasserflasche mit, ich sammle mir irgendwo Wasser, ich gehe in irgendeine Pfütze, in irgendein verrotztes Dreckstümpelwasser, an irgendeine Schaue, jedes Regenwasser rein und du hast ein sauberes Quellwasser, nachdem du die Flasche reingepressen hast. Der Aktivkohlefilter macht alles sauber. Man muss allerdings sagen, ein Kochtopf ist an sich schon ziemlich, ziemlich gut. Ich habe mir ein Video angeguckt, da ging es um auch so Survival-Kram und so und der hat erklärt, dass gerade wenn du so Fische oder sowas hast, wenn du die einfach nur brätst, schön und gut, das Fleisch des Fisches ist quasi durch und du kannst es schön essen und so, aber sehr, sehr viel, auch gerade noch sowas an Zusatzstoffen im Fisch drin ist oder auch im Fleisch drin ist, geht natürlich dadurch verloren. Wenn du es einfach nur kochst, bleibt alles natürlich im Wasser drin und du hast noch sowas wie Fett und sowas, hast du viel mehr, wenn du dann natürlich komplette Suppe quasi wegschlürfst. Also es ist schon sinnvoll, einen Topf zu haben, um sich Essen zu machen. Außer Salzwasser. Der macht alles unfassbar sauber. Probiert diese Flasche aber aus. Ihr wisst, es war der hochgelobteste Gegenstand bei uns aus dem Survival-Training. Der hat mir so viel Angst genommen. Es ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gegenstände. Eins im Chat. Hat er sich nicht für den Light My Fire entschieden? Gute Frage. Feuerstahl. Der Light My Fire ist das kleinere Modell. Pass auf. Wir haben im letzten Training, im geheimen Training, da gucken wir uns auch gleich ein Video an. Es kann sein, dass der Feuerstahl da mit drin ist. Es sind mehrere Teile auf dem Survival-Martin-Kanal. Ich habe mehrere Feuerstahls ausprobiert. Ihr erinnert euch an den ersten Feuerstahl. Der war mir zu klein. Ich habe mir die ganze Hand irgendwie aufgerubbelt unten. Und es gab auch einen ganz großen, einen so großen. Da konntest du tatsächlich, was Otto gemeint hat, aus dem Stand raus. Der war aber, der hat das Problem gehabt, der hat keinen Holzgriff gehabt. Und du hattest dieses direkte Stahlding in der Hand, was sehr unhandlich war. Und ich habe mich für das Mittelding entschieden. Ich kam mit dem gut klar. Ihr seht, der ist benutzt. Damit haben wir zigfach geübt. Ihr seht, der ist benutzt. Der ist angeschabt. Der ist angeraut. Genauso. Den kann ich direkt benutzen. Den kann ich direkt loslegen. Mit der Kordel dran, wie sie es mir erlaubt haben mit der Schnur. Was sagt ihr zu meinem Feuerstahl? Es sind alles gebrauchte Gegenstände. Also pass auf, ich sage, kommt gleich noch ein anderer Gegenstand. Ich habe alle ausprobiert. Und welcher mir am besten gelingen hat, den habe ich genommen. Okay, auch krass. Der ist ja auch schon angerostet irgendwie, ne? Was hat das auch hier mit den Gegenständen? Nee, ist nicht angerostet. Ist das die Luftfeuchtigkeit? Nee, den habe ich oft benutzt. Das Seewasserluftfeuchtigkeit? Dass die da schon alle anfangen? Der ist so. Nein, der ist so. Scheiße. Ich bin am Arsch. 30 Meter Paracord. Auch gebraucht, benutzt, mit was ich schon so rumgeknotet habe und so. Ich finde das wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich all diese Gegenstände nicht einfach blind kaufe und schmeiße rein, wird schon irgendwie gehen. Nein, ich habe die Sachen alle in der Hand gehabt. Ich weiß, ich habe gebunden und gemacht und getan. Ein Gefühl dafür bekommen. Für das Material. Für alles. Alles Zeug. Geil. Also er hat wirklich das normale Paracord genommen? Also ich glaube, dass Knossi sich schon sehr, sehr gut vorbereitet hat, oder? Ja, wir haben das andere nicht genommen. Wir haben das Paracord genommen. Es war ja Theater, wegen ein paar Millimeter mehr, wovon ich keine Ahnung hatte. Ihr wisst, was ich meine. Für mich ist Schnur, Schnur. Aber das eine war irgendwie drei Millimeter dicker als das andere. Und ich habe das originale Paracord. Wir haben es runtergeschnitten von, glaube ich, einer 100 Meter Dings bei Martin im Haus. Haben es runtergeschnitten, genau auf 30 Meter. Abgemessen, abgeschnitten, damit rumgespielt. Und das ist es jetzt. Mathe mit Moskitonetz. Stark, stark, stark. Er hat sich dafür entschieden. Moment, kommen wir zur Hängematte. Jetzt kommt es. Ich fand es psychisch sehr, sehr, sehr wichtig. Könnt ihr auch sagen, was ihr denkt. Aber diese Hängematte ist keine neue Hängematte. Diese Hängematte ist die Amazonas Ultralight XXL, in der du mit integriertem Moskitonetz. Und ich habe diese Matte, ist die Original Hängematte, die Survival Martin als Unterlage in der ersten Staffel dabei hatte. Der hatte die dabei. Das war einer seiner Gegenstände. Ich habe gedacht, wenn dann, nehme ich Champions Equipment. Ich will keine neue. Die hat noch Dreck dran aus Schweden. Ich wollte das. Martin sagt, nimm eine neue. Ich sage, ich nehme keine neue. Ich nehme dein Champions Equipment. Ich will diese Matte haben. Die ist unten verdreckt. Die hat er damals in der ersten Staffel runtergelegt und sich da draufgelegt. Auf den Dreck. Ich habe Champions Equipment dabei. Ich wollte nichts Neues. Ich hatte ein bisschen Angst an der Seite. Es ist halt ein gebrauchter Gegenstand. Aber ich dachte mir, das Gefühl zu haben, in dieser Hängematte zu liegen und zu wissen, in diesem Equipment hat es schon mal jemand geschafft. Ich nehme deine, Martin, wenn es okay ist. Und Martin hat gesagt, geil, komm, schenke ich dir. Und ich habe mir auch gedacht, dass wir vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann eine dritte Staffel oder sowas, dass Martin auf diese Hängematte schreibt, Schweden 2021, Knossi 2022 und wir haben es beide vielleicht geschafft und dann überreiche ich diese Hängematte vielleicht dem nächsten. Ist ein süßer Gedanke. Ich dachte mir so, Champions Equipment habe ich es einfach genannt. Ich fand es sehr geil. Ich fand es besonders wichtig irgendwie. Und das hat auch, dieses Ding hat auch ein bisschen gestogen. Ich finde es geil. Und sieben Zigaretten. Und sieben Zigaretten. So, jetzt erzähle ich euch was zu den Zigaretten. Es gab die Situation, auch dafür wird es ein Video geben. Dieses Case ist auch Champions Equipment. Ich nenne das einfach so, ich finde es geil. Champions Equipment von Martin. Da steht irgendwie vorne irgendwas drauf. Survival, was weiß ich, erste Hilfe oder so. Ja, aber wir haben lange Cases überlegt. Cases, Cases, Cases. Und Martin kam dann mit dem Case und denkt, ist wasserdicht, hat ein Gummi in. Ich durfte es mitnehmen, die haben es erlaubt. Was für was als Zweitverwendung benutzen. Es hat kein Metall, es ist aus Plastik. Die Zigaretten. Ich bin in Berlin. Es ist nicht mehr so einfach, hunderter Zigaretten zu bekommen. Wir haben alles erstmal. Wir hatten alle Gegenstände. Wir hatten zwang. Wie smart ist das denn? Da hätte ich ja im Leben nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht. Raucher von euch wissen wahrscheinlich Bescheid direkt, wenn es heißt hunderter Zigaretten. Also normale Zigaretten sind sagen wir mal so lang und dann gibt es ja noch hunderter und die sind länger. Und den Gedanken zu haben, dass du hunderter mitnimmst, weil sie länger sind, aber trotzdem eine Zigarette. So weit hätte ich nicht gedacht. Finde ich schon ziemlich smart. 20 Gegenstände da liegen und wir haben dann gepickt. Alle haben natürlich von den Zigaretten abgeraten. Ganz klar. Aber ich habe trotzdem, kam ich natürlich zur Abnahme und zum letzten Training mit einer Nacht draußen schlafen. Und es hat mich übrigens auch angeregnet. Ich bin trotzdem in der Hängematte geblieben. Ich wollte durchziehen. So kam ich, habe ich natürlich Zigaretten mitgebracht. So ich bin verschiedene Tankstellen angefahren. Es gibt gar keine hunderter mehr so einfach. Die hunderter Zigaretten sind auch, man denkt hunderter ist viel länger, aber die Scheiße ist, der Filter ist einfach länger und es ist maximal ein Zügchen länger dran. Trotzdem, dieses Zügchen, wenn ich einen Gegenstand mitnehme, das will ich natürlich mehr haben, bin dann losgefahren, habe von Marlboro Gold, Marlboro Normal und von F96 Zigaretten gefunden, die es in hunderter Größen gibt. Habe mich dann hingesetzt im Wald, habe überlegt, wie stelle ich sie mir zusammen. Glaubt mir, das war der längste Akt für mich, diese Kiste zusammenzustellen. Ich habe die ganzen Packungen ausgeleert ins Trockene und habe die absolute Quintessenz der schönsten Kippen in dieses Case gepackt. Und habe mich am Ende entschieden, Marlboro Gold war Quatsch, habe mich am Ende entschieden für viermal F96. Ich habe die noch nie geraucht. Ich probiere die an. Ja, diese Sucht, Alter, ja. Ich probiere die an und merke, die haben so einen geilen, kräutrigen Geschmack und die haben eine gewisse Stärke. Ich habe vier davon genommen und dreimal, Marlboro. Das ist sogar noch Zigarettenmarken vermischt. Ich weiß, dass viele sagen, ey, nimm doch keine Kippen, für was nimmst du Kippen mit und sowas, ne? Für was, was sollen diese Kippen? Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, auf alles zu verzichten, ihr könnt es euch vorstellen, wird schon ein bisschen schwierig, ne? Natürlich sind auch einige sagen, sieben Zigaretten, da hättest du lieber keine mitgenommen, ist einfacher. Aber ich glaube, für meinen Kopf zu wissen, ich ziehe, vielleicht rauche ich am ersten Tag zwei. Warum? Warum nicht? Vielleicht rauche ich am ersten Tag drei. Wenn alles schief, wer weiß, vielleicht kriege ich gar kein Feuer an. Aber die Entscheidung war, Schlafsack oder Kippen, es gab keinen anderen Gegenstand, den ich hätte mitnehmen wollen, es gab nichts. Es gab nur Schlafsack oder Kippen und ich habe die Kippen genommen. Weil ich dachte, ohne Schlafsack, wenn ich meine Kleidung weise wähle, kriege ich es hin. Wenn die Kippen weg sind, sind sie weg. Und andere haben auch fünf Gegenstände, vier Gegenstände. Das ist die Geschichte. Wie findet ihr die Auswahl meiner Gegenstände? Gerne in die Kommentare. Ich verstehe es, Kippen, absolute Schande. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Aber für jemanden, der so wirklich, für mich ist es ganz, ganz schwer. Und was soll ich machen? Für einen Nichtraucher ist das wahrscheinlich nicht nachzuvollziehen, wie man so blöd sein kann. Auch diese Meinung verstehe ich natürlich. Okay, lass 5.000 Euro machen. Auch das verstehe ich natürlich. Aber was soll ich machen? Kein Witz. Aber sagt ehrlich... Ja, wir haben alle gesagt, es wäre smart gewesen, vorher aufzuhören. Aufzuhören, aber es ist leicht gesagt, das Durchziehen ist dann immer noch eine andere Geschichte. Auch das sieht jetzt gar nicht mal so krass aus. Nee. Es sieht gar nicht mal so krass aus. Überhaupt nicht. Guck mal. Ich dachte, den Gabentisch... Er hat sich für die Zigarette entschieden. Ist, glaube ich, eine gute Wahl bei ihm vom Kopf her. Aber ansonsten, ja, da hat er ein bisschen Feuerstein, Schnur, kleines Messer und eine Hängematte mit Moskitonetz. Geil, Alter. Ey, ich feier's mega. Ich bin gespannt, ob die einzelnen Leute vielleicht nochmal Reaction hier drauf machen. Stream, nochmal jeder für sich erklärt, warum er was genommen hat. Togt euch aus. Ich hab mega Bock drauf. Ich bin so enttäuscht, dass das so wenig ist. Die Trinkflasche ist mein größter Gegenstand, oder was? Was? Trinkflasche, ja. Was soll ich denn für ein Lager bauen? Dann gern privat auf jeden Fall auch an. Verfolge da alles. Geil, ey, wenn ihr nichts verpassen wollt, Leute, Daumen nach oben. Ey, und was für ein Gefühl auch. Ihr wisst, das ist die echte, auch die Gebrauchte aus dem ersten Training. Was für ein Gefühl das ist, die Gegenstände einfach in einer fremden Umgebung zu sehen. Die haben die mitgenommen. Es ist ganz, ganz komisch. Es ist ganz komisch. Deine Flasche, mit der hab ich ja jetzt schon oft gemacht. Wir haben einen neuen Filter drauf geschraubt. Ich bin ein bisschen traurig und hab mir schon mal einen Abend sehr viel Gedanken darüber, weil wir den Filter nicht nochmal probiert haben. Nicht, dass ich so ein Montagsmodell von Filter gezogen hab. Wisst ihr, was ich mein? Es kann sein, ja. Es kann sein. Der Filter ist komplett schlecht verarbeitet. Ja. Ich kann knosses Gedanken verstehen. Wird gehen, oder, Chad? Wir haben ihn nicht nochmal getestet. Wir haben einfach einen neuen Filter reingeschraubt und in den verplombten Sack. Der wird ja gehen, oder? Stell dir vor, Alter. Ich hab irgendeinen Scheißfilter erwischt. Kann nicht. Kann nicht, oder? Boah, das wär krass. Oh mein Gott, das wär krass. Wird gehen. Ja, ganz komisches Gefühl, die Gegenstände da zu sehen. Die Hängematte dreckig von Schweden. Unsere Grail aus dem Wald mit Otto. Richtig krass. Nächste Woche geht's los. Wir haben aber ein geiles Video jetzt noch. Ähm, Kanal abonnieren. Natürlich nicht vergessen. Kippe mit dem Feuerstall anzuzünden. Und... Nein, das mach ich. Ich mach einfach Feuer. Demnächst geht es... Geil, Geil Donation. Kippe mit dem Feuerstall anzünden. Wär spannend. Wenn er dann die Kippe im Mund hat. Und im Feuerstall Richtung Gesicht. Die ganze Zeit. Gute Idee. Gute Idee. Los. Dachte, mein Gabentisch sieht größer aus. Noch ein Kommentar von euch. Noch ein Kommentar. Bis deppert. Gut, sehr gut. Haben wir das auch. Juhu. Ja. Ja. Alter, was ein krasses Video. Oh, spannend. Finde ich aber schön mal zu sehen und zu hören, wie auch so die Gedanken von den Leuten sind. Bis zum nächsten Mal.